Bei uns in der Küche, wenn wir es gut erwischen, bis zu 200 Mikrovolt pro Quadratmeter. Das ist mein Freund, der berühmte Homöopath Eckart von Seatom. Ok, Lena, du holst jetzt die Erdungsdicken vor und wir können es quasi vollsteigen. Vollständig abdämpfen. Fantastisch. Was denn das für Decken? Die ist mit Silbergewebe, beschickt das, was da schwarz ist, ist in Wirklichkeit Silbergewebe und ist an die Erdung angeschlossen. Dadurch, dass das an die Erdung angeschlossen ist, erzeugen wir sozusagen eine Faradetsche-Wand, die den gesamten Elektrosmog im Hopffrequenzbereich abdämpfen kann. Dazu brauchst du auch dieses 6%ige Gewebe, das ist fantastisch. Ich habe es im Schlafzimmer, beim Bett, direkt auf meinem Kopf ganz hoch gehabt. Ich brauche nur dieses Gewebe an die Wandspannen, Herden und ich schlafe etwas noch frei. Ich brauche nur dieses Gewebe, sondern... Na, leg mir das wieder weg. Cool, oder? Ist das cool? Das ist ja verrückt. Ich brauche nur diese Erdung oder an dieser Erdunge. Das ist ja verrückt. Ich brauche nur dieses Gewebe. Ich brauche nur dieses Gewebe. Wenn ihr mit ihm geschütztet habt, natürlich immer wieder,